Elbe Elster aus der Vogelperspektive. Ein Glückwunschgespräch mit unserem Landrat Christian Jaschinski. Wir haben uns für diese Aufzeichnung überlegt, dass wir unseren zuhörenden 30 Perspektiven auf Elbe Elster mitgeben wollen. Wir behandeln heute zehn Themen und liefern dazu immer drei verschiedene Blickwinkel, würde ich sagen. Einmal als thematische Einbettung eine Rückschau, dann eine aktuelle Einschätzung und am Ende des Themas immer ein kleiner Ausblick, eine Vision oder ein frommer Wunsch, wenn man so will. Im Ergebnis haben wir dann vielleicht 30 Perspektiven erarbeitet, die die größeren Entwicklungslinien und Konturen Elbe Elsters erkennen lassen können. Für diesen Parfumsritt habe ich mir hier Christian Jaschinski eingeladen. Ich hoffe, Sie haben gut gefrühstückt, Herr Jaschinski, denn das wird eine ziemlich harte Nuss, glaube ich. Hallo erstmal. Hallo in die Runde. Also ich habe gut gefrühstückt. Danke der Nachfrage. Das sind die allerbesten Voraussetzungen und wir beginnen sofort und steigen ein. Wenn man auf Elbe Elster schaut, ist ein Thema ganz zentral. Die Sozialstruktur und auch die Bevölkerungsentwicklung. Wie es einmal aussah vor 30 Jahren, 140.000 Einwohner, 140.000 Menschen, die hier lebten, die hier gearbeitet haben, die hier ihren Lebensmittelpunkt hatten. Wie verhält es sich heute, Herr Jaschinski? Ja, das kann man sich ja gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass hier mal 140.000 Menschen gelebt haben. Aktuell ändert sich die Bevölkerungszahl so ein bei 100.000. Statistisch im Jahr 2021 103.000 Einwohner, aber nach wie vor auch eine älter werdende Bevölkerung mit sehr hohem Durchschnittsalter. Aber es ist positiv zu vermerken, dass wir der Zuzügler haben aktuell und damit den Prognosen nicht ganz folgen können. Denn wir haben ja eine etwas düstere Prognose gehabt von den Sozialwissenschaftlern vor 10, vor 15 Jahren, dass wir 20, 30 nur noch 80.000 Einwohner sind. Also eine positive Entwicklung und das freut mich. Wie könnte es künftig weitergehen mit unserer Bevölkerungsentwicklung hier? Wie stellen Sie sich das vor, wenn Sie sich das wünschen würden, wenn Sie sich das ganz positiv ausmalen in 10, in 20 Jahren? Also ganz positiv mit den Ansätzen und mit den ersten positiven Entwicklungen denke ich, die Menschen, die hier leben, die sollen in ihrer Heimat schlussendlich glücklich sein. Sie sollen hier verwurzelt sein. Sie sollen zuversichtlich der nächsten Generation noch etwas mitgeben können aufgrund ihrer Erfahrungen. Ich bin davon überzeugt, dass der Landstrich Elbe-Elster eine Renaissance auch weiterhin erleben wird als ländlicher Raum, weil Familien sich immer mehr besinnen auf das Wesentliche, auf die Lebensqualität auf dem Land. Sie suchen großzügige Räume aufgrund der vielen Informationen, die täglich auf uns einpassen, prasseln, aufgrund der Veränderungen in der Gesamtgesellschaft, der schnellen Veränderungen, der Transformation. Und im ländlichen Raum kann man sich sowohl privat, aufgrund auch, dass Grundstücke vorhanden sind. Man kann sich etwas schaffen und man kann sich auch mittlerweile beruflich verwirklichen, weil wir immer mehr auch in der Infrastruktur aufholen. Bei den Standards, dass wir mit Metropolen mithalten können, besser zu erreichen sind. Das geht nicht allen schnell genug. Auch mir geht es manchmal zu langsam. Aber wir wissen, dass wir aufholen und dort müssen wir dranbleiben. Und zumal haben wir eine Regionalität, die wir erleben, dass Menschen, die mit Nischenprodukten, mit ihrer Heimatverbundenheit hier etwas schaffen, was ja den Kunden etwas Glück mitgibt, etwas Glück erleben lässt. Und das in Elbe-Elster, das ist doch eine tolle Entwicklung. Hier hat, die Macher haben hier ihr Glück selbst in der Hand. Sie investieren mit Optimismus in ihre Zukunft und wir versuchen, dass sie bei ihrem Fleiß und das bei dem Engagement, dass sie anlegen, dass wir als Verwaltung auch die entsprechenden Rahmenbedingungen bieten und als Moderatoren diese Prozesse auch weiterhin positiv begleiten, damit dieses Glücksversprechen ein jeder in Elbe-Elster erleben kann. Sie haben es jetzt schon angesprochen, ein wenig das Thema Wirtschaft, Regionalität, regionale Hersteller. Elbe-Elster profitierte in der Vergangenheit von einem sehr, sehr ausgewogenen Branchenmix, könnte man sagen. Es gab viele Beschäftigungsverhältnisse im Sozial- und Gesundheitswesen, auch im Einzelhandel, im Baugewerbe, Metallverarbeitung. Das sorgte in der Vergangenheit für Stabilität. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und auch Nahrungsmittelherstellungen sind auch wichtige Säulen, die die Region prägten. Was verändert sich da aus Ihrer Sicht aktuell beim Thema Wirtschaft? Im Thema Wirtschaft sind wir ja sehr kleinteilig aufgestellt und sehr breit gefächert. Davon haben wir immer in schwierigen Entwicklungen, in der Gesamtsituation bei Marktentwicklung davon profitiert und haben nicht diese großen Einbrüche. Also wir profitieren von diesem Branchenmix und das hat sich sehr stabilisiert. Wir haben mittlerweile eine rasanten Fachkräfte, eine rasante Fachkräftennachfrage, eine Arbeitskräftennachfrage und die Unternehmen müssen sich in den verschiedenen Bereichen auch aufstellen, müssen noch intensiver werden. Und ja, es gibt Möglichkeiten in den unterschiedlichen Branchen, die sehr zur Stabilität beigetragen haben, aber die sich nur entwickeln können, wenn sie auch in der nächsten Phase dann entsprechende Menschen finden, Menschen gewinnen können, die hier Hand anlegen. Wir sind geprägt durch die Land- und Forstwirtschaft und daraus resultierend sind wir sehr froh, dass wir auch in der regionalen Wertschöpfungskette halt Nahrungsmittelherstellung in der Region haben. Das prägt uns als ländliche, als forstwirtschaftliche Region mit Naturverbundenheit. Aber es ergeben sich auch Möglichkeiten, dann hier die berufliche Perspektive, sich in der beruflichen Perspektive zu verwirklichen und dementsprechend auch Elbe Elster als Lebensmittelpunkt dann nicht nur wahrzunehmen, sondern diesen auch zu gestalten. Können Sie eine kleine Vision entwickeln, wie Sie vielleicht Elbe Elster wirtschaftlich in der Zukunft sehen, wie Sie vielleicht unseren Landkreis gerne gestalten würden, damit es genauso wird, wie Sie es vielleicht gerade im Kopf haben? Ich sehe meine Aufgabe oder unsere Aufgabe in der Verwaltung besteht darin, dass wir die bestehenden Unternehmen in den Branchen erst mal betreuen, diesen auch helfen und immer wieder Impulse auch vermitteln, beziehungsweise Vermittler sind zwischen wissenschaftlichen intensiven Entwicklungen mit den Wissenschaftsstandorten, diese zusammenzubringen, damit Impulse hingesetzt werden in die Kreation von neuen marktfähigen Produkten. Das sichert ja Arbeitsplätze in der Zukunft und Elbe Elster aufgrund der geografischen Lage, aber auch aufgrund der Möglichkeiten in dem Fördermittelmix hat er sehr gute Voraussetzungen, Unternehmen einen Startschuss zu ermöglichen, aufgrund, dass hier Gewerbeimmobilien noch vorhanden sind, Gewerbeobjekte auch in der Nachfolge zur Verfügung stehen und damit, wir merken es auch, dass der Standort Elbe Elster für Außenstehende, die woanders vielleicht oder in der Unternehmensnachfolge an normale Grenzen gekommen sind, räumliche Grenzen verwirklichen wollen, dann aufgrund der Gegebenheiten und aufgrund der Lage Elbe Elster entdecken. Und ich denke, das ist eine tolle Sache. Wir versuchen das auch zu moderieren, mit zu unterstützen, damit diese Ideen zur Selbstständigkeit, also das Unternehmertum, dieses Etwas unternehmen oder selbstständig zu sein, auch hier zu unterstützen. Weil schlussendlich aufgrund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Region, darauf fußt ja auch das soziale Niveau in einer Region und gut bezahlte Arbeitsplätze sind ja auch das Auskommen für das Fortkommen der zukünftigen Generationen. Ja, finanzielle Sicherheit, ein ganz wichtiger Aspekt, um persönliches Glücksempfinden überhaupt zu erleben. Ja, ganz wichtig für die Menschen, besonders in Ostdeutschland, ganz klar. Unser drittes Thema ist das Lebensgefühl. Ich habe ein bisschen überlegt, wie kann man denn ein Lebensgefühl ganz gut umschreiben? Früher hat man das so als Minnesänger oder so mit einem schönen Gedicht gemacht. Und wenn man das ein bisschen cooler ausdrücken möchte, dann sagt man dazu heute Poetry Slam. Naja, und dann habe ich mich mal am Thema Elbe-Elster versucht und würde mal mein Lebensgefühl hier in den Ring werfen, mit einem leichten Blick in die Vergangenheit, weil einfach auch das meine Prägung ist. Ich lege einfach mal los und dann sind Sie dran, Herr Landrat. Dort, wo keine Autobahnen rauschen, wo wir am Schlaf den Nachtigallen lauschen, da sind wir einfach wir selbst. Ohne Staus, ohne Wunder, ohne Schnickschnack und Klimbim. Dort, wo Elbe und Elster weit und Wiesen umarmen, genau da gehöre ich hin. Dein Boden machte keinen Reich, bescheiden war das Leben nie leicht. In Raster gepresste Flüsse und Gräben, Kiefern, Wälder, drüber Sternschnuppen, Segen, Kirchen, Schlösser und feine Genüsse. Das Schlichte, Schöne und Musenküsse. Die Kohle, die Wände, der Menschenader lass, Wandel und Stillstand im krassen Kontrast. All diese Ecken und Kanten sind unsere ungeschliffenen Diamanten. So weit, so gut. Es geht noch ein bisschen weiter. Wir brechen hier mal ab, sonst sprengt das alles den Rahmen. Wie würden Sie das aktuelle Lebensgefühl Elbe-Elster beschreiben, Herr Landrat? Also wenn ich barfuß durch die Wiesen gehe und das vielleicht noch am Waldesrand und darf dann nach einem sommerlichen Gewitterguss das Duften der Kiefernwälder einatmen, dann sind das für mich so die Erlebnisse, die Eindrücke, die Emotionen, die bei dem Kopfkino dann sich auch widerspiegeln nach ihren Ausführungen für Elbe-Elster, weil es meine Heimat ist. Es ist eine natürliche Lebensqualität und Elbe-Elster zeichnet aus, dass wir miteinander arbeiten. Also Netzwerk, wie der Begriff erfunden wurde, mit der Netzwerkarbeit wurde hier zusammengearbeitet. Es wird zugepackt und das sieht man in den Städten und Gemeinden, weil vielen die Leistung nicht in den Schoß gelegt wurde. Viele Menschen hier in der Generation mehrere Berufsabschlüsse haben, für manchen, der die schwierigen Zeiten nicht erlebt hat, kaum nachvollziehbar, auch wenn es bei einer jungen Generation. Aber wir haben hier eine wunderbare Kulturlandschaft, eine Heidelandschaft, wir haben Flussauen der Elster-Niederung an der Elbe, wir haben Wälder, wo wir auch Verantwortung übernehmen müssen für den Zustand. Und wir haben so manchen Kiessee, der entstanden ist oder ein Restloch eines Kohlebergbaus aus dem vergangenen Jahrhundert. Und das sind idyllische Ideenlandschaften, die den Menschen die Zukunft und Heimat mittlerweile geworden sind. Man kann aus der Zukunft die entsprechenden Schlüsse ziehen aufgrund der Erfahrungen. Aber die junge Generation mit der Erfahrung der Älteren, die packt ja an und das ist eine Freude, das zu sehen. Mit welchen Visionen vielleicht ist es wichtig, dass wir auch unsere Möglichkeiten, die wir haben, auf der Schiene, auf der Straße zu wassern, nutzen. Dass das die Verbindungen werden als Infrastruktur in andere Regionen, ob nun touristisch oder auch in der Arbeitswelt. Wir wollen als Verkehrsquotenpunkten den Menschen die Möglichkeit geben, hier in Elbe-Elster anzukommen, Elbe-Elster zu entdecken. Aber auch unseren Menschen, die hier gerne wohnen, die Möglichkeit geben, in anderen Regionen unterwegs zu sein, um vielleicht hier etwas zu lernen, neue Ideen mitzubringen oder ihren Arbeitsalltag zu organisieren. Und dann ihre Arbeitswelt auch wohldosiert und gesund im Einklang verträglich zu halten. Das sind bei allen wichtigen globalen Prozessen auch vorankommen, dass wir auch vorankommen müssen unter dem Thema Mobilität. Das habe ich versucht gerade umzureißen und bleibt es, um auch noch schneller, schnelleres Internet zur Verfügung zu stehen. Wir haben da in den vergangenen Jahren einiges auf den Weg gebracht, aber das ist noch zu wenig, weil heutzutage, wenn wir uns anschauen, wie Wissen vermittelt wird aufgrund der Digitalisierung, ist es auch ganz wichtig, in allen Lebensbereichen den Zugang zu ermöglichen, zu gleichen Lebensbereichen. Deswegen werden wir hier auch weiter Beobacht geben, dass wir im Rahmen der Fördermöglichkeiten auch da auf den Stand der Zeit kommen und wenn es geht, flächendeckend. Genau, also auch ganz viele praktische Aspekte eines gesunden Lebensgefühls, die Sie hier schon angesprochen haben. In diese Richtung geht auch unser nächstes Thema, nämlich die Versorgungssicherheit. Das ist ein riesengroßes Thema, das kaum angemessen abzuarbeiten ist, wenn man der großen Leistung, die dahinter steht, irgendwie gerecht werden möchte. Da ist das Klinikum Elbe-Elster, da ist die Kreisstraßenmeisterei, die Sparkasse Elbe-Elster, ganz, ganz wichtige Säulen, die hier den Menschen Sicherheit geben und ganz, ganz viele gute Ausgangsbedingungen mitbringen. Wir konzentrieren uns an dieser Stelle einfach mal nur auf das Rettungswesen, das seit 2014 wieder in der Verantwortlichkeit des Landkreises liegt. Ich habe da mal ein paar Zahlen zusammengesucht. Die Anzahl der Einsätze pro Jahr beläuft sich auf etwa 18.000. Die gefahrenen Kilometer fast 900.000 pro Jahr. Eine schöne Zahl, wie stellt man die sich am besten vor? 900.000 Kilometer, das ist weiter als der Abstand zwischen Erde und Mond. 45 Mal die Entfernung zwischen Nord- und Südpol oder, wenn Sie wollen, 200 Mal die Distanz New York-Los Angeles. Eine wahnsinnige Leistung, nur auf der Straße durch unsere Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Notärzte, die dort eine ganz wichtige Versorgungsfunktion übernehmen. Was gibt es da aktuell zu berichten von unseren Rettungsdienstlern? Also das sind ja ganz beeindruckende Zahlen, die Sie hier auch dargelegt haben. Und zum Rettungsdienst kann ich sagen, wir haben ein sehr engagiertes Personal von 195 Mitarbeitenden, 30 Prozent Frauen. Wir haben 16 Rettungswagen im Einsatz, drei Notarztfahrzeuge und Krankentransportwagen. Der Landkreis hat in den vergangenen Jahren in Baustattung und Bau der Rettungswachen 10 Millionen Euro investiert. Und man muss ja bedenken, mit den Zahlen vielleicht mal, wir haben eine Fläche zu versorgen, Rettungsdienst mäßig von 1.900 Quadratkilometern. Das ist doppelt so groß, die Fläche ist doppelt so groß wie die Bundeshauptstadt. Richtig. Das muss man mal im Hinterkopf haben. Wir haben da, denke ich, sind da dankbar und respektierender, diese Einsatzleistungen. Wir haben zwölf Rettungswachen über den gesamten Landkreis verteilt. Und wir gehen da auch weiter mit den Investitionen, um die Notfallversorgung sicherzustellen. Sicherlich wollen wir dieses Netz auf der hohen Qualität auch vorhalten, den Rettungswachen. Deswegen sind auch weitere in Planung, weil die Gesundheitsversorgung, die rasante Entwicklung zwischen stationärer Betreuung, ambulanter Betreuung, die Pflegebedarfe, die sich bei einer älteren Bevölkerung auch darstellen, müssen beachtet werden. Dort muss man mit Herz und Verstand und allen verfügungsstehenden Mitteln Gefahr und Leid abwenden von den Menschen im Fall der Fälle. Und deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiger Baustein auch für uns in der Verantwortung, den Rettungsdienst nicht nur zu sichern, sondern diesen zu unterstützen und in der Planung weiter auch belastbar vorzuhalten. Und ich bin dankbar, dass uns das bis dato gelungen ist. Aber es ist auch eine Aufgabe für die Zukunft, das weiter zu halten. Und hier kann man nur mit attraktiven Arbeitsplätzen, mit attraktiven Rahmenbedingungen auch für Personal werben, die dann in der Zukunft diesen Dienst am Menschen und für den Menschen tun. Sehr schön. Fünftes Thema Natur, Herr Jaschinski. Elbe und Schwarze Elster umarmen seit Menschengedenken unseren Landstrich hier. Ein Viertel der Landkreisfläche gehört seit 1996 zum Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft. Das sind 500 Quadratkilometer und das entspricht etwa 200 Mal der Größe des Berliner Tiergartens oder der Hälfte der Insel Rügen. Für viele Menschen speist sich ja das Heimatgefühl aus einer Art Verbundenheit zu ihrer Landschaft, zu ihrer Umgebung, die sie gut kennen und auch natürlich zu ihrer Familie. Wie ist es bestellt um die Umwelt in Elbe-Elster? Ja, wir wurden ja in dem vergangenen Jahr, in dem vergangenen Jahrhundert, in den zwei Jahrhunderten geprägt durch eine Industrialisierung. Wir haben auch Landstriche des Landkreises sind überwaggert worden, weil man den goldenen Bodenschatz heben wollte, beziehungsweise behoben hat, entsprechend der Kohle. Und ich denke aber, dass wir eine sehr rasante Entwicklung aufgenommen haben im Bewusstsein in den letzten Jahrzehnten für eine Region Elbe-Elster, die sich auf den Weg gemacht hat und schon seit langem als Energie- und Klimaschutzregion unterwegs ist, also das Thema mit erneuerbaren Energien. Was passiert nach der Kohleverstromung oder dem Aspekt Klimaschutz? Ist man sich sehr bewusst aufgrund der Kohleverstromung, welche Einschnitte es gegeben hat? Und es leben mittlerweile ein Drittel der Einwohner des Landkreises im Naturpark Niederlausitz-Heidelandschaft. Und 18 Wohnen haben sich mit Naturpark-Gemeinde schon schmücken dürfen, weil sie ein Engagement, eine Identitätsstiftung sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Richtig. Wir haben das Naturpark-Zentrum, was über 100 Veranstaltungen im Jahr anbietet für die ganze Familie. Wir haben ein hervorragendes Naturpark-Zentrum im Schloss Doberluck installieren können mit einer hervorragenden Ausstellung für Alt und Jung. Viel Bildungsarbeit. Weil das A und O und das Verständnis ja für die Herausforderung ist halt der Bildungsstandard. Und wir bieten Bildung an, ein lebenslanges Lernen. Und da stellen wir uns auch. Und da gibt es viele, viele positive Projekte, dass man das Moor als lobenswert ergreift. Hier zum Beispiel die Arge Klimamoor im Fichtwald und so gibt es mehrere Beispiele. Und das Ganze wird unterstützt, politisch auch vom Kreistag. Und darüber bin ich sehr froh bis hin aktuell, dass wir jetzt nochmal die Renaturierung der Schwarzen Elster ernsthaft, konkret in einem überschaubaren Rahmen auch angehen werden, weil sich Finanzierungsmöglichkeiten ergeben, an die wir vor ein paar Monaten noch nicht gedacht haben. Also der Erhalt der Natur, unserer Lebensgrundlage, das ist uns in die Wiege gegeben. Wir wollen die Schöpfung gewahren. Und das liegt der Verwaltung, das liegt den Menschen in Elbe-Elster am Herzen, weil sie heimatverbunden sind. Und wenn das so bleibt, dann denke ich, dann werden wir noch sehr viel Freude haben an unserer Artenvierfalt, die wir bis jetzt erleben, aber auch an der Einsicht, wenn Klimaschäden wir erkennen oder wir effektiveren Klimaschutz nicht nur einfordern. Hier in Elbe-Elster kann man ganz konkret mit unterwegs sein und das Verständnis und das Wissen erwerben. Wie ist das mit dem Energiebedarf? Wie ist das, wie kann man, welche Auswirkungen hat die Forderung nach endlosem Wachstum? Und das ist nicht an der Zeit, noch energetischer zu handeln, noch sorgsamer mit den Ressourcen, die uns mitgegeben wurden, umzugehen. Und ich denke, das haben wir im Landkreis Elbe-Elster schon ganz gut verstanden. Sehr viele, noch nicht alle. Aber an diesem Thema werden wir weiter arbeiten, weil es ist ein Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit einer Region, nicht nur wie Elbe-Elster, sich über die Ressourcen bewusst zu machen und mit ihnen umzugehen, weil wir ja auch etwas der nächsten Generation übergeben möchten. Das wird wahrscheinlich die Jahrhundertaufgabe für uns im lokalen und auch im globalen Verständnis schlechthin werden. Sechstes Thema, Marketing, Herr Landrat. Da hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine ganze Menge getan. Denn auch auf kommunaler Ebene hat es dort einen Bewusstseinswandel gegeben. Viele Kommunen haben erkannt, dass sie ihr Image pflegen müssen und dass sie etwas tun müssen, um die Attraktivität für Touristen und Investoren zu steigern. Dass sie lokale Wirtschaftssektoren fördern müssen, das hatten sie ja schon schön angeschnitten. Dies hat in vielen Kommunen zur Einrichtung von Marketingstellen und damit einhergehend natürlich zu einer Professionalisierung von Marketingaufgaben geführt. Vor knapp zehn Jahren war das auch in Elbe-Elster der Fall, dass eine Marketingstelle eingerichtet worden ist. Können Sie dort eine Bilanz ziehen? Ja, das ist ein bisschen schwierig, mit Zahlen, Daten und Fakten zu operieren. Aber wir haben natürlich Beispiele, die diese positive Entwicklung belegen. Die Herausforderung ist ja ein junges Ding, 30 Jahre, Landkreis Elbe-Elster. Wie kann ich das bekannter machen? Wie kann ich Identität stiften? Wie kann ich daraus eine erfolgreiche Marke entwickeln? Weil der FC Bayern München spielt in anderen Stadien. Wir haben gar nicht so ein Stadion in Elbe-Elster. Und das Meißner Porzellan ist nun mal eine Marke, eines der ältesten Marken. Aber in Meißen und nicht in Elbe-Elster. Nichtsdestotrotz haben wir gute Fußballspieler und wir haben hervorragendes Porzellan. Aber wir haben eine sehr tolle Handwerkerschaft, die auch uns diese Produkte kreieren. Und uns ist es gelungen, mit Professionalität, also mit dieser Marketingstelle, auch durch Personal untersetzt, es zu schaffen, erstmal in einer Verwaltung und in einer Region, die aus drei unterschiedlichen Regionen auch zusammengewachsen ist, eine Marke zu kreieren und diese zu entwickeln. Und da muss ich sagen, bin ich sehr erfreut, dass wir innerhalb der letzten Jahre sehr viele Preise eingehamstert haben. Auf regionaler Ebene, die den Blickwinkel auf Elbe-Elster etwas verändert haben. Sowohl die Innenansicht als auch die Außenansicht. Und das hilft ja dem Imageausbau, das hilft der Tourismusförderung, das hilft auch der Identitätsstiftenden, Identitätsstiftenden sowohl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für Einwohner, wenn es darum geht, Veranstaltungen. Welche Region ist denn interessant? Die Region ist interessant, wenn die Menschen von sich selbst über ihre Heimat positiv berichten, schwärmen, erzählen haben, aus der Geschichte oder eine Geschichte, einen Geschichtsanteil, dann wird man interessant. Und das hat funktioniert im Reformationsjahr mit 2017, mit dem Lutherpass, der mehrfach prämiert wurde. Richtig. Und schlussendlich gibt es immer wieder Gespräche, wenn ich unterwegs bin, an vielen Orten mit Menschen, die sich hier dann niedergelassen haben in Elbe-Elster. Und da ist es sehr schön, dann zu erfahren, wie zum Beispiel, ja, einfach eine Imkerin aus Priesen, die im Nebenerwerb als die Wissenschaftlerin ist, aber als Imkerin in Priesen mitten im Landkreis Elbe-Elster an sich geworben ist und mir dann widerspiegelt, sie hat schon in vielen Regionen der Bundesrepublik gelebt, aber kaum eine Region hat so viel für kleine Unternehmen getan und die mitgenommen. Und das zeichnet uns aus, dass wir im Rahmen des Regionalsiegels Menschen ansprechen, die hier in der Region etwas machen. Und mittlerweile haben wir 42 Unternehmen oder Unternehmungen, die sich dem Regionalsiegel verpflichtet fühlen und 400 Produkte aus Elbe-Elster kreiert haben, diese auch vermarkten. Und wenn Menschen unterwegs sind, andere Regionen zu entdecken, dann wird viel die Frage gestellt, was ist Regionalität, wie entwickelt sich eine Marke, warum ist das so, wie werden sie sichtbar? Und das sind auch so, ich sag mal, Hilfsinstrumente für die Wirtschaftsordnung regional oder als Landkreis, für den regionalen Handel, für das Gewerbe, um gemeinsam Gesicht zu zeigen aus einer Region, aber auch Wertschöpfungsketten in der Region zu vervollständigen und im Netzwerk Neudeutsch miteinander zu arbeiten, lange Wege zu vermeiden, unter dem Aspekt auch noch innovativer unterwegs zu sein und den Menschen trotzdem Produkte zu reichen, die am Markt gefragt sind. Das sind positive Entwicklungen und deswegen ist es ganz wichtig, auch im Bereich Marketing zu unterstützen. Ich wünsche mir, dass wir uns das auch noch zukünftig leisten können, mit dieser Werbung auch weiterhin glänzen können, weil wir haben ja auch Ahama mittlerweile. Aber solange, wie es Menschen gibt, die in der Öffentlichkeitsarbeit das weiterhin mit Herz und Seele betreiben, dann kann man Menschen auch erreichen, Menschen berühren und Menschen neugierig machen auf Elbe Elster. Und ich denke, das wird uns auch in der Zukunft geliehen. Sehr schön. Sie haben jetzt die Appetitmacher Elbe Elsters erwähnt. Sie haben ja auch ein sehr, sehr hübsches Etikett bekommen, weil sie einerseits Appetit auf Elbe Elster machen und gleichzeitig uns auch sehr, sehr häufig mit vielen Lebens- und Gaumenfreuden versorgen. Da ist schon sichtbar geworden, dass wirklich auch viel zusammengearbeitet wird, dass geredet wird, dass man einander zuhört. Das war eigentlich in Elbe Elster, denke ich, schon immer ein Thema. Wir sind bei den Partnerschaften. Die drei Altkreise wurden ja 93 zu Elbe Elster. Unterschiedlich ging es eigentlich nicht in der Zusammensetzung. Wenn man sich die historischen Wurzeln anschaut, Preußen, Sachsen, wenn man andere Gegensätze mal aufzählt, Stadt und Land, landwirtschaftliche Prägung auf der einen Seite im Bereich Herzberg, die industrielle Ausrichtung eher im Bereich Elsterwerder und Finsterwalde. Also ein sehr großes, heterogenes Gebilde. Seit den Anfängen hat man trotzdem immer wieder versucht, nach innen enge Partnerschaften zu knüpfen. Ich denke, da liegt eine große Stärke, aber eben auch nach außen. Und da richten wir jetzt mal unseren Blick hin. Es fing an mit dem Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, ging dann weiter mit Partnerschaften Richtung Osten, der polnische Kreis Narkielski und auch die Region Ratibor. Diese Kooperationen wachsen und gedeihen. Ernten Sie inzwischen schon, wenn Sie auf das Hier und Jetzt schauen, Herr Landrat? Na, ich stelle eine sehr positive Entwicklung fest. Und ernten sind immer, ich sage mal, dann gemeinschaftliche Erlebnisse. Ja, die ernten wir, weil wir ein gegengärtiges Miteinander erleben, was jahrelang gewachsen ist, auch durch die kannenden Personen, die in der Verantwortung dann das auch in ihren Teams mitgespielt haben, in die Verwaltung. Und ich finde das sehr toll, dass uns die Möglichkeit gegeben ist, mit den Partnerkreisen diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Das muss man auch wollen als Verwaltungsstufe. Das muss man auch wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir sehr viel, auch nach über 30 Jahren mit dem Erlebten der Deutschen Wiedervereinigung, noch sehr viel Austausch, sehr viel Kommunikation untereinander brauchen, um auch Wissen und Erfahrungen zu vermitteln innerdeutsch. Weil der Märkische Kreis ist ja ganz anders geprägt wirtschaftlich. Hat aufgrund auch des Landes Nordrhein-Westfalens andere Aufgaben als Landkreisverwaltung zu handeln wie wir. Das innerdeutsche Verständnis immer wieder auch weiterzuentwickeln. Und wir haben das große Glück, mit den polnischen Partnerschaftslandkreisen, ja auch Regionen, einmal in Mittelpolen und einmal in südlichen Polen, unterschiedliche Regionen als Partner zu erleben, die uns immer wieder vor Augen führen, auch die europäische Entwicklung, die europäische Geschichte, mit allen schönen, aber mit allen großen Sorgen und Erlebnissen und Erfahrungen, die uns ja auch verpflichten, dieses Erbe zu pflegen und zu vermitteln und zu mahnen. Lernt aus den geschichtlichen Fehlern und lasst das nicht zu, dass die nachfolgenden Generationen wieder so etwas Ähnliches erwarten. Und deswegen bin ich immer wieder unterwegs, da auch zu werben. Und es gelingt uns in der Jugendvereinsarbeit, das auch mit persönlichen Kontakten zu erfüllen, dass es neue Kontakte, neue Begegnungen gibt. Und diesen Teamgeist, den können wir immer wieder erfahren, auch von allen Beteiligten. Davon profitiert auch Elbe Elster, denn zu den Partnerkreisen, zu den offiziellen Begegnungen, da treffen wir Menschen, die von der einen Region in die andere gezogen sind. Da lernen wir neue Wirtschaftspartner kennen. Wir tauschen uns aus über Erfahrungen in der Entwicklung im Gesundheitswesen, in der ländlichen Region, aber auch in Metropolen. Wir sehen, welche Förderinstrumente gibt es gemeinsam, vielleicht Fördertöpfe zu erschließen und zu erschließen. Wir sehen die kulturellen Akteure, die sehr vielfältig aufgestellt werden, regionaler Erzeuger. Wir sind mit unseren Botschaftern als Elbe Elster Botschafter in den Regionen sehr gern gesehen. Das ist immer wieder eine Freude, was sich dort auch entwickelt hat, persönlich, aber auch für die Region, für die Marke Elbe Elster. Und da entwickelt sich so etwas Gemeinsames. Und das ist sehr schön im Rahmen meiner Verantwortung, aber das auch mit den Mitmachern, ich sage mal, mit den Mitmachern im Team, das auch zu erleben. Und ich hoffe, dass wir weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten, dass wir uns zuhören, dass wir Sachen ausdiskutieren, mit dieser Ehrlichkeit, mit dieser Offenheit, dann auch neue Ideen sich entwickeln und diese dann auch mit Leben erfüllen und ganz konkret umsetzen. Und das führt zu einer Verbundenheit zwischen Partnerschaftsregionen innerhalb von Europas. Und ich denke, diese Arbeit ist es wert, auch zukünftig so zu unterstützen, weil es ist eine Zukunftsvision, auch für die nachfolgenden Generationen Geschichte bewahren, aber die entsprechenden Lehren auch daraus ziehen, um das Schöne im Leben auch zu genießen und weiter voranzubringen. Sehr, sehr schön. Sie haben jetzt schon auch die Kulturakteure erwähnt, die Jugendarbeit, die Vereinskontakte. Die Partnerschaften spiegeln sich natürlich ganz, ganz stark auf diesem Sektor Kultur. Den wollen wir hier nicht unbeachtet lassen. Kultur, so ist meine Beobachtung, hat in Elbe-Elster ja schon immer eigentlich ganzheitlich gewirkt. Und da gab es die Kunst, die Musik, die Regionalgeschichte, was mich immer besonders gefreut hat, die ja einfach eine Bühne hat. Das ist nicht in anderen Landkreisen mit der gleichen Priorität bedacht worden. Da unterscheiden wir uns ganz sichtbar, wenn man sich mit anderen unterhält. Das ist nicht nur eine Bühne, wo man sich präsentieren kann oder wo das sichtbar wird, sondern es wird auch ganz konkrete Hilfe geleistet, Unterstützung mit Bildungsangeboten, mit Förderprogrammen, wie die Kulturförderung kommen wir auch in der Heimatgeschichte, wenn wir zum Beispiel unseren Heimatkalender erstellen, immer wieder in den Genuss und sind auch dankbar dafür. Der Slogan vom Landkreis heißt ja, hier spielt die Musik. Die Musik kommt aber nicht aus der Konserve, sondern die wird hier auch sehr, sehr häufig noch selbst gemacht. Und sie steht da wirklich für alle Formen der Kreativität. Die Unterstützung kommt auch aus anderen Windrichtungen, wie von der Sparkassenstiftung Elbe-Elster, dann von der Investitionsbank des Landes Brandenburg, von vielen hiesigen Unternehmen, die man da auf gar keinen Fall aus dem Blick verlieren darf. Kultur wird fast immer großzügig unterstützt. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil wir eben hier ja auch Kulturarbeit leisten und in der Regel nie als Bittsteller kommen, sondern mit unseren Anliegen wirklich ernst genommen werden. Würden Sie den Ist-Zustand oder Ihren Blick auf die Kultur heute hier uns ein bisschen näher bringen? Ernten Sie in dem Bereich vielleicht auch schon, wie ich es vorhin als Sinnbild so formuliert hatte? Also hier muss ich sagen, mitten im Hochsommer heute, wo wir dieses Interview führen, beziehungsweise im Austausch stehen, muss ich ganz klar mit Ja beantworten. Im Kulturbereich haben wir einen Ist-Zustand erreicht, dass wir sehr wohl ernten dürfen, ernten können. Das ist auch sehr reichhaltig, sehr vielfältig und das ist wunderbar zu erleben. Das ist ein langer Prozess, weil dort Akteure, Pioniere unterwegs waren von der ersten Stunde und mit Kulturangeboten und Qualität, wie man es nicht vermutet, für einen ländlichen Raum. Es ist aber beispielgebend, dass diese Qualität nicht nur geachtet wird, sondern auch unterstützt wird mit unterschiedlichen Fördermittelgebern, mit privaten Unternehmen, mit Einzelpersonen, weil das können wir uns alles nicht so leisten, beziehungsweise wir müssen es ja auch monetär untersetzen als Verwaltung. Und wir haben da eine sehr positive Entwicklung auch vernommen in den unterschiedlichen Regionen mit der Bildung des Museumsverbundes an vier Standorten im Landkreis und haben soeben eine neue Dauerausstellung geöffnet und eine einmalige Sammlung von deutschen Adelsschätzen, einen gut frequentierten Heimathafen, der Handpuppenkasper, der sehr oft für die mitteldeutsche Marionettentradition steht, ist inzwischen in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Deutschland aufgenommen. Und die Kreismusik- und Kunstschule in die Brüder Grauen ist die größte kulturelle Bildungseinrichtung bei uns im Landkreis. Hier spielt die Musik nicht nur deshalb, weil ich auch in der Sängerstadt Finsterwalde geboren wurde und mich auch Musik begleitet hat im familiären Kontext, bei Familienfeiern oder so zu Veranstaltungen. Und ich bin sehr, sehr erstaunt, dass wir in der gesamten Fläche des Landkreises im neuen Schuljahr wieder 2.100 Schülerinnen und Schüler begrüßen dürfen über alle Generationen und dass wir mehr als 80 Lehrkräfte, die an 30 Orten im Landkreis, also an 30 Orten im Landkreis, ein Angebot unterbreiten, ein kulturelles Angebot, ein Bildungsangebot, um sich musikalisch weiterzubilden und ganz neu und aktuell ja auch in dem Bereich Kunst, was mir eine Herzensangelegenheit war und ich sehr dankbar bin, dass diese Angebotspalette auch durch den Kreisverhörter unterstützt wird, dass wir hier für Kreative etwas anbieten. Kultur wird in Elbe-Elster gelebt und sie ist Hand und Herz gemacht. Und wenn das so gemacht wird, wie jetzt aktuell, dann sehe ich mit großer persönlicher Zuversicht der Zukunft auch entgegen und freue mich einfach darüber, über diese Reichheit hier. Wir können dort etwas bieten, was in anderen Regionen noch gedacht wird und hier haben wir wieder Macher und Entscheidungen zugleich getroffen, Entscheider getroffen, die das mit untersetzen und ich denke, über diese Entwicklung können wir dankbar sein. Im Kulturbereich, es ist ja mittlerweile nicht nur eine Finanzierungssache, der Kulturbereich ist ganz klar ein Wirtschaftsfaktor, ein Wirtschaftsstandort, da entwickeln sich viele Sachen im Netzwerk, die sehr positiv zu sehen sind und ich denke, Elbe-Elster gehört hier nicht nur in Elbe-Elster oder in Brandenburg, sondern mittlerweile auch in der Lausitz, länderübergreifend als kultureller Standort, als wichtiger Adresse in so manchem Kalender und das freut uns und hier kann man auch der Vision, wie es Ludwig von Beethoven, glaube ich einmal gesagt hat, Kultur ist der Schlüssel, der uns die Türen zur Vergangenheit öffnet und uns die Zukunft gestaltet und ich wünsche allen, die da mit tun, dass sie auch weiterhin Kraft und Muße haben und dass uns immer das nötige finanzielle Budget auch zur Verfügung steht, um das im Blick zu behalten, weiter zu entwickeln, auch dort vielleicht Veränderungen vorzunehmen und die aber positiv gestalten, dass wir mit dem kulturellen Angebot so in der Breite etwas zu bieten haben, was so manch anderen Regionen vielleicht nicht so vielfältig und zu der Qualität bieten kann. Genau und das Besondere ist eben immer wirklich auch so die persönliche Note der Kulturarbeit, dass eigentlich diese Distanz zwischen Publikum und Machern und Akteuren relativ gering ist und dass man auch ganz schnell aus dem Publikum heraus zum Macher werden kann, wenn man das möchte, dass es dort sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, wirklich sich kreativ zu entfalten und das ist, denke ich, wirklich auch im Ländlichen, wo noch nicht alles erschöpft ist, wo nicht alles hochprofessionalisiert ist und institutionalisiert ist, immer sehr, sehr gut möglich und auch deshalb schlägt hier in Herzberg für die Kultur ein ganz, ganz großes Herz bei vielen Leuten, die das ehrenamtlich machen. Also da freue ich mich auch immer und bin froh, diese Gesprächspartner auch hier immer zu haben, weil das für mich meinen Alltag richtig schön und bunt macht. Ein weniger buntes Thema ist das Folgende, nämlich die Gefahrenlagen, die immer mehr und aktueller in unseren Alltag hineinrücken. Der Klimawandel und seine Auswirkungen sind eben auch längst in Elbe-Elster spürbar in Form von Extremwetterlagen, Hitzewellen, Starkregen, Überschwemmungen, Stürme. Das macht alles keinen Bogen um unseren schönen Landstrich. Es gefährdet die Infrastruktur und nicht selten eben auch Leib und Leben von Menschen. Diese Klimaveränderungen sind eben zusätzlich auch noch eine Bedrohung für unsere Artenvielfalt, für unsere Ökosysteme. Wir leben ja hier im Grünen. Was verändert sich hier? Wir brauchen ein umfassenderes Krisenmanagement, wenn ich das so von meiner leidenhaften Warte aus betrachte. Wir brauchen einen Einsatz modernster Technologien, um diesen Herausforderungen künftig auch gerecht zu werden. Was bedeutet das aktuell für unseren Landkreis, Herr Jaschinski? Der Landkreis Elbe-Elster und die handelnden Personen in Krisensituationen haben ja schon so manche schwierige Aufgabe lösen müssen. Das waren Hochwasserszenarien, das waren aber auch gravierende Waldbrände wie im vergangenen Jahr. Und dort kam es immer darauf an, dass die handelnden Personen, ob im Krisenstab, bei den Hilfsorganisationen, die vielen freiwilligen Helfer auch miteinander zusammenarbeiten und gemeinsam haben wir es geschafft, so noch größere Auswirkungen zu verhindern. Nichtsdestotrotz sehen wir ja die Schadenslage in den Wäldern herausgegangen durch die große Trockenheit, durch die Grundwasserabsenkung, durch den Schädlingsbefall. Und das muss auch dem Letzten klar sein, dass man hier nur geschlossen handeln kann. Da nutzt es nichts, sich irgendwo vielleicht anzukleben und zu demonstrieren. Hier in Elbe Elbster sind wir aufgerufen, ganz konkret auch zu handeln. Wir können uns immer wieder bedanken bei den ehrenamtlichen und bei den hauptamtlichen Personen, die dann im Einsatz sind. Aber in der Perspektive sehe ich da schon, dass wir ganz schnell auch mal an Grenzen kommen können, aufgrund unserer Personalressourcen, die wir vorhalten, bei Großschadenslagen und so. Manchmal habe ich das ja auch erlebt, dass wir sehr großes Glück hatten, dass diese Schadenslagen nicht noch weiter lange anhielten. Also ein ganz großes Dankeschön. Und wir müssen hier uns Lösungen erarbeiten, aufgrund der Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben ja hier ein ganz hervorragendes Institut für Bergbau-Volgelandschaften in Finsterwalde. Wir können uns der Wissenschaft bedienen, die lokalen Besonderheiten erfassen mit Datensammlungen. Wir können uns dadurch Modelle erarbeiten, mit welchen Maßnahmen kann man was verändern. Wir sind dabei, uns dafür politisch zu werben, auch bei den Verantwortlichen, dass wir an unseren Flüssen die Renaturierung schneller voranbringen. Wir können aufgrund des Erlebten, was eigentlich jeder, der auf dem Land groß geworden ist, versteht und die Erfahrung hat, wir können nur dafür werben, dass wir viel mehr Eigeninitiative unterstützen, dass wir in unserer Umgebung, in unserer Landschaft nicht nur nachhaltige Lebensweisen an den Tag legen, sondern auch ganz konkret Bäume pflanzen, die Natur unterstützen, mal eine Patenschaft übernehmen bei einem frisch gepflanzten Baum, der in Trockenheiten nach Wasser hechelt, den auch mal mit der Gießkanne über eine Hitzeperiode zu helfen oder doch, wo es möglich ist, auch mit Projekten zu unterstützen, mit dem Spaten loszuziehen und das Pflanzgut in die Erde zu bringen, weil das sind konkrete Maßnahmen, wo ich lokal Einfluss nehmen kann auf die Klimaveränderung beziehungsweise die Situation auch erträglicher zu gestalten. Also wir müssen uns auf die Extremsituationen weiter vorbereiten, müssen gucken, welche technischen, welche neuen Lösungen gibt es und daran werden wir unsere Infrastruktur anpassen. Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, aber in erster Linie müssen wir auch die Sensibilisierung der Bevölkerung weiterführen, weil jeder ist für sich eigenverantwortlich und das kann jeder mit Engagement und mit Selbsttun auch persönlich Einfluss nehmen mit seiner Lebensweise, aber auch mit ganz konkreten Maßnahmen, Klima zu gestalten. Richtig. Und jeder nicht gefahrene Kilometer hilft, jeder Baum, der gepflanzt ist, hilft und das, was wirklich jeder Einzelne in seinem ganz normalen Alltag besser machen kann, verträglicher machen kann, das sollte viel, viel stärker vielleicht noch in unsere Köpfe hinein, auch wenn es das ein oder andere Zugeständnis an unsere Bequemlichkeit, an unseren Lebensstandard, den wir ja alle sehr genießen, bedeutet. Und hier ist es wirklich auch eine Herausforderung, die wieder Spaß machen kann, dass man halt mit Bildungsangeboten auch Bevölkerung informiert, sensibilisiert und so manchmal kann CO2-Sparen ja auch Spaß machen und Radfahren in der Elbe-Elster kann Spaß machen, wenn man die Menschen kennt und wenn man sich da vielleicht noch Unterstützung holt oder das in Gemeinschaft erlebt, in einer intakten Natur, kurze Wege zurückzulegen mit dem Fahrrad, das ist möglich und das kann Spaß machen und dafür müssen wir die Bevölkerung sensibilisieren, wie auch andere. Genau, richtig. Es ist erfüllend, es ist einfach schön, wenn ich frühmorgens halb sechs meine Brötchen hole in Grefendorf in so einer kleinen, schönen Bäckerei und ich komme nach Hause und habe schon die ersten sechs, sieben Kilometer mit dem Fahrrad hinter mir, dann schmeckt das Brötchen, das noch warm ist, noch viel, viel besser. Also es ist eigentlich ein ganz einfacher Lohn, den man da für sich einfahren kann und man tut was Gutes, man unterstützt die Menschen hier vor Ort, man unterstützt die Umwelt, also es sind wirklich wieder auch die einfachen und die kleinen Dinge, die wir uns stärker in den Kopf rufen müssen, weil wir auch ja doch überreizt sind von ganz, ganz vielen, weil die technischen Neuerungen uns immer wieder auch stressen und da diese eigenen Fluchträume, die helfen doch, denke ich, auch vieles auszugleichen und schöner und erträglicher zu machen, gerade wenn der Alltag hier und da uns auch mal ein bisschen reizt und auch das eine oder andere uns so richtig auf den Zeiger geht. Ich freue mich, dass wir so diszipliniert sind und jetzt wahrscheinlich wirklich die Zeitvorgabe schaffen. Herr Landrat, wir kommen zum letzten Thema und das ist ein schönes, das ist ein persönliches Thema, nämlich unsere Landräte. Da ist Walter Kroger, der erste Landrat Elbe Elsters. Er hat damals die drei Ursprungsregionen zusammengeführt und auch schön zusammengehalten, viel Aufbauarbeit an den Tag gelegt und auch unter anderem die Weichen gestellt für den Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft. Dafür hat er in diesem Jahr den ersten Umweltpreis des Landkreises bekommen, habe ich mich sehr gefreut, weil ich ihn auch immer als sehr sympathischen, staatsmännischen Menschen so kennengelernt hatte. Nach ihm kam Klaus Richter. Er hat eine schwierige Amtszeit, denke ich, gehabt mit Massenarbeitslosigkeit, mit den Ein-Euro-Jobs und der Abwanderung, Hartz-IV-Demonstrationen. Er hat das auch gut überstanden und seit April 2010 sind Sie im Amt im kommenden Jahr. Nee, Sie feiern noch nicht Ihr Dienstjubiläum. Wir wollen das auch gar nicht anschneiden, sonst müssten Sie wahrscheinlich noch Bier ausgeben in Ihrer Lieblingskneipe. Sagen wir mal, Sie haben 10 Prozent Ihrer mutmaßlichen Lebenszeit, also 13 Jahre, in diesem Amt verbracht. Das ist eine ganze Stange, auch im Anbetracht der 30 Jahre, die Elbe Elster inzwischen auf dem Rücken hat. Wie geht es Ihnen denn damit? Ja, ich staune vor allem jeden Tag, wenn ich in den Terminkalender schaue, wo die Zeit geblieben ist, wenn man Menschen zum wiederholten Male trifft oder eine Sitzung zu einem Thema nachverfolgen kann in der Verantwortung als Landrat, in diesem berufenden Amt. Ich habe großen Respekt und große Hochachtung vor der Leistung auch eines Walter Krokers beziehungsweise eines Klaus Richters, meiner Vorgänger, die ja unter schwierigen, schwierigsten Bedingungen Aufbauarbeit geleistet haben, riesige Arbeitslosigkeit moderieren mussten und nach Lösungsansätzen besucht haben, um Menschen hier eine Perspektive zu geben bei einer sehr schnelllebigen Zeit, wo sich auch vieles, vieles, vieles verändert hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Aufgabe jetzt schon über einen längeren Zeitraum mit begleiten darf, Verantwortung übernehmen darf in meiner Heimat, wo ich geboren bin, wo ich groß gewachsen bin, in der ich verwurzelt bin. Und ich muss staunen über die Leistungen, die hier die Menschen vollbracht haben. Drei Jahrzehnte, eine ganze Generation in einem Land, der mir sehr am Herzen liegt. Und wenn ich sehe wirtschaftlich die rasante Entwicklung, die wir jetzt erleben, in den, nur mal zwei Beispiele, einfach die Arbeitsplatzdichte in den Gewerbegebieten in Elsterwerda mit den Leistungsfähien und Unternehmen, die die Ausbildungsmöglichkeiten, Perspektiven den Menschen hier vor Ort bieten oder auch in Massen bei Finsterwalde. Das war ja in kürzester Zeit und jetzt auch nachhaltig hat es sich entwickelt, dass das Wirtschaftsstandorte sind mit in Elbe-Elster in unterschiedlichen Regionen und wo nicht nur einheimische Arbeiten gehen, wo wir, sondern auch erstaunlicherweise einen hohen Anteil von Einpendlern haben aus anderen Regionen unserer Nachbarschaft. Und für dieses Erlebte bin ich dankbar. Ich bin dankbar für das Gestalten, was wir konnten, was wir durften in den Prozessen, oder in den Verantwortungsbereichen, wo wir handeln konnten, ganz konkret, also Schulinfrastruktur bei den weiterführenden Schulen. Wir haben die Schulen so weit ausgestattet, dass sich nicht nur die Lehrer wohlfühlen und die Schüler, sondern dass sie Schule als etwas begreifen, als Lernort und diesen auch erleben können und den Träger auch erleben, dass er da Verantwortung übernimmt und moderne Verhaltssetzungen auch schafft, dass ein Lernen für das Leben auch Spaß macht, sowohl für Lehrer als auch für Schülerinnen und Schüler. Ich kann der Region nur gratulieren, den Menschen gratulieren, weil mich bedrückt es, wenn wir nicht mit gesunden Selbstbewusstsein unsere Erfolgsgeschichten nicht nur erzählen, sondern diese vertreten, weil das hilft uns auch in der Wahrnehmung, die Geschichten, die wir zu erzählen haben, die Geschichte und das nicht nur aus dem Verwaltungsfokus zu sehen, sondern das als Gesamtes, als Marke Elbe Elster und hier auch den Seelen der Menschen etwas auf den Grund zu gehen, mal etwas hinzuschauen, etwas konkreter und dieses Erlebte der positiven Entwicklung bei allen Herausforderungen, die hinter uns gelegen haben, die vor uns liegen, sehe ich jeden Tag meiner Arbeit als Geschenk, als Privileg. Ich habe da großes Glück gehabt, dass ich hier in meinem Heimatlandkreis mitgestalten darf, das auch noch in Zukunft und dafür kann ich nur allen danken, die mich unterstützt haben, die 30 Jahre Elbe Elster vor mir Verantwortung hatten, denen kann ich nur danken, dass sie Verantwortung übernommen haben und ganz konkret auch damit geholfen haben, ein Fundament zu legen für Elbe Elster, was uns jetzt stark macht, was unsere Schienen sind, unsere Leitplanken sind für ein zukünftiges Vorankommen und wir haben dieses schöne Fleckchen Erde, Elbe Elster, sehr wohl verdient, es ist besonders vielfältig, es ist besonders lebendig und das, was wir heute erleben, das wollen wir auch bewahren für die Zukunft und deswegen bin ich zuversichtlich, wenn sich hier Familien wohlfühlen, wenn wir hier positive Geschichten erzählen können und die, die ihr Glück gefunden haben, davon berichten und andere denen es nachahmen, dann sehe ich einer zukünftigen Entwicklung dem Landkreis Elbe Elster sehr positiv entgegen und deswegen Glückwunsch, aber nichtsdestotrotz, lasst uns die Hände reichen für ein gemeinsames Wort bestehen und für eine gemeinsame positive Entwicklung. Ich hätte mir kein schöneres Schlusswort von Ihnen wünschen können. Vielen lieben Dank für dieses inhaltsschwere Gespräch, das wirklich ja viele, viele Facetten gezeigt hat. Herr Jaschinski, vielen Dank für Ihre tägliche Arbeit, für die Kraft, den Schweiß, für die schlaflosen Nächte und vielleicht auch das ein oder andere graue Haar, das nun mal auch dazu gehört. Das ist toll, dass wir einfach Menschen hier haben, die vorangehen, die sich nicht entmutigen lassen und die eben auch nicht auf die Bedenkenträger, auf die zweifelnden Stimmen hören, sondern einfach sagen, wir machen jetzt, wir reden nicht, wir diskutieren nicht, wir kritisieren nicht, wir machen, wenn auch oft im Stillen, nicht immer sichtbar. Herzlichen Dank für dieses sehr, sehr gute Glückwunschgespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und hoffe, wir sehen uns dann auch bald mal wieder von Angesicht zu Angesicht und trinken Kaffee miteinander und sprechen einfach mal wieder so miteinander. Vielen herzlichen Dank und bis bald. Versprochen, bis bald. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank für Ihre Mühe. Es hat mir Spaß gemacht. Es war mir wieder eine Freude. Alles Gute für Sie, Frau Kammer. Bleiben Sie schön gesund und genießen Sie dann das Theater auf dem Marktplatz in Herzberg. Das steht jetzt in Kürze an. Das haben Sie sehr, sehr schön gesagt. Wir machen an dieser Stelle auch noch mal Werbung für die tolle Theaterlandschaft in Herzberg. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020